Das Fest der Erscheinung des Herrn, der Dreikönigstag, ist auch der Tag der Partnerdiäzesen. An diesem Tag bringen wir die Diäzesen Okungo Ikela in der Demokratischen Republik Kongo, Degu in Südkorea, Salzburg in Österreich und San Ignacio de Velasco in Bolivien in besonderer Weise unsere Verbundenheit zum Ausdruck. Ich würde mich sehr gut zu machen, denn ich bin vom Zambi Koman, die sich zu verabschieden. Ich bin vom Zambi-Abenissabili und der Interessen von Zambi Koman in der Zusammenarbeit mit dem Zambi-FranchiKIST. Vielen Dank. und Corona wieder und wir werden ein glücklicher Annen. Unsere drei Partner, Dürzehsing, San Ignacio, Mokungo Ikela und Degu sind wie drei Brücken. In eine ganz andere Welt mit einer ganz anderen Kultur und Geschichte. Und doch verbindet uns so vieles. Der gemeinsame Glaube und die gemeinsame Fürsorge für das Reich Gottes in dieser Welt. Brücken verbinden. Ich freue mich auf eine nächste Begegnung auf der Brücke. Brücken. 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 Vom Kielabukungo im Kongo. Demonstrando con gestos de solidaridad y el compartir en la fe que somos realmente hermanos, que esta hermandad se expande al mundo entero. Que Dios los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.